Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 62.600 US-Dollar. Wir sehen einen ersten Mal sehr, sehr roten Montag. Möglicherweise erstmal so ein False-Move-Monday, wie wir ihn des Öfteren schon gesehen haben. Ordentlich unter Druck. Auch der gesamte Kryptomarkt, die seht ihr am Rand, alles tief rot derzeit, beziehungsweise 2-3% rot. Wir haben aber jetzt auch dicken Support vor der Nase. Wie wir jetzt mit unseren Trades weiter fortgehen, wie wir möglicherweise neue Trades setzen können, wie bei Ethereum und bei den anderen, die ich letzte Woche noch so ein bisschen im Gespräch hatte. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles traden, was wir hier besprechen. Und wie gesagt, schreibt gerne eure User-ID in die Kommentare, beziehungsweise in Telegram, damit ihr jede Woche am Gewinnspiel teilnehmen könnt und möglicherweise Free-Trades oder sogar Trial-Funds abstauben könnt. Deswegen gerne mit dem Link unten anmelden. So, jetzt aber rein in die Analyse würde ich sagen, wie gesagt, momentan bei 62.700 US-Dollar. Circa, wir sind letzte Woche in die Long-Position rein. Ich habe gesagt, macht einen Stop-Loss auf Entry. Das heißt, ihr müsstet jetzt mit ersten Take-Profit und Stop-Loss Entry ausgestoppt worden sein. Eine Möglichkeit neu wäre jetzt hier nochmal in den Trade reinzugehen, kurz vor dem Golden Pocket mit einem Stop-Loss hier unten bei ungefähr 61.000 US-Dollar. Das heißt, neue Trade-Möglichkeit. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal einen neuen Versuch starten für alle, die jetzt ausgestoppt worden sind. Trotzdem, Take-Profit 1 wurde erreicht. Wir haben hier weiterhin eine oder mehrere Divergenzen, sage ich jetzt einfach mal, hier vorliegend. Vor allem, wenn wir das jetzt mal hier überschreitend unten sehen, sehen wir hier die tieferen Tiefs. Immer noch ein tieferes Hoch, äh, ein höheres Tief, sorry, es ist früh morgens. Ein höheres Tief hier, zumindest im Chart, trotzdem weiterhin abwärts gerichtet im 4-Stunden-Time-Frame. Wir haben aber jetzt hier die Ineffizienz wirklich komplett ausnutzen können. Das heißt, wir haben hier keine Ineffizienz mehr vorliegen, wir haben jetzt das Golden Pocket vor der Nase. Das heißt, hier sehr, sehr starker Support, der hier vorzufinden ist. Volumentechnisch ist gar nicht so viel Abverkaufsvolumen jetzt in den letzten Stunden reingekommen, nachdem wir übers Wochenende eigentlich 0,0 Bewegung hatten. Wir sehen hier die Range, die wir am Wochenende hatten, 64.200 bis 64.500. Das heißt, wir hatten 250 Dollar Bewegung, das ganze Wochenende eigentlich nur über. Und jetzt dann zu Tagesbeginn, sage ich jetzt mal, oder zu Candle Close, ging es da nochmal deutlich nach unten. Aber wie gesagt, wir haben jetzt erst einmal das Golden Pocket vor der Nase. Dieses Übergeordnete von unserem Tief hier bei 56k bis zu unserem Top hier bei 72k liegen wir jetzt genau hier drin. Ineffizienz wurde geschlossen. Die Daily Demand Zone, die sollte auf jeden Fall mitgenommen werden. Also die Support Zone, die können wir noch austesten. Deswegen auch der Stop Loss da drunter. Das ist so die Möglichkeit, die jetzt für, sage ich mal, neue wie euch jetzt möglicherweise, die noch im Keim Trade drin sind, hier nochmal geboten wird. Ansonsten, wenn wir da jetzt drunter brechen sollten, sieht es ehrlich gesagt auch erstmal bearischer aus. Und dann gehe ich auch wieder ganz stark davon aus, dass wir hier nochmal Richtung 48.000 bis 52.000 US-Dollar runtersacken werden. Aber das ist sowieso mein längerfristig-mittelfristiges Ziel, dass wir hier nochmal generell runtergehen sollten. Ich habe es, glaube ich, im letzten Video schon gesagt, dass wir hier übergeordnet immer noch dieses größere Doppel-Top-Pattern ausbilden könnten. Was dann zum Ziel hätte oder zur Folge hätte, dass wir hier runter eben Richtung 52.000 bis 48.000 US-Dollar noch einmal runtergehen. Ansonsten tut sich relativ wenig. Wenn ich erst einmal, das ist jetzt erstmal so der kurze Stand der Dinge, auch für die möglichen Trades eben für uns gesagt, das ist die Daily-Demand-Zone, die ist wichtig. Sollten wir die verlieren, gehe ich ganz stark von größeren Verkaufskursen aus. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier erstmal auch nichts getan, aber so langsam aber sicher nähern wir uns auch hier unserer Long-Zone. Also durch den Bitcoin-Abverkauf, den wir jetzt hatten, ist natürlich auch Ethereum erstmal unter die Räder geraten. Deswegen auch keine Long-Positionen in der letzten Woche mehr. Für mich weiterhin einfach hier die Standfestigkeit 3.240 bis 3.170. Das ist die Long-Area, die ich gerne holen würde. Wenn wir uns das auf dem Daily-Chart angucken, könnten wir sogar noch mal ein bisschen tiefer gehen in Richtung 3.126 US-Dollar, weil hier unten dann die Daily-Demand-Zone ist. So tief müssen wir theoretisch aber nicht runter. Wie gesagt, wir haben hier eigentlich den meisten Support. Der größte Teil der Ineffizienz wäre hier erst einmal gefüllt. Vom Stop-Loss her sollten wir hier unten reingehen. Wären es halt 5% Risk, was wir hier eingehen würden, wenn wir sogar noch unter diesem Pivot hier drunter gehen würden. Das muss man sich dann alles nochmal genau angucken. Sollten wir hier direkt runterjumpen, sage ich jetzt einfach mal. Aber dann ist klar, dann werden wir hier auch nicht reinspringen, sondern ein bisschen tiefer. Dann wäre es Risk nur noch bei so ungefähr 3,5%. In den kleineren Timeframes wäre die Ineffizienz schon ein bisschen eher gefüllt. Das sehen wir dann hier bei ungefähr 3.150. Also, da weiterhin abwarten. Da tut sich seit Wochen nichts. Da gibt es auch keinen Grund, hier irgendwie in eine Long-Position oder sonstiges reinzugehen. Deswegen warte ich hier jetzt erst einmal noch weiter ab. Und sobald sich da irgendwas ändern sollte, werdet ihr auf jeden Fall Bescheid bekommen. So, gehen wir rüber zu Gold. Gold, da habe ich ja auch schon gesagt, da sind wir ja schon Short-Zeit letzte Woche. Der wurde perfekt abgeholt, die 2.366 hier oben. Das war die Ineffizienz, beziehungsweise hier oben die 2.369 auf den Dollar genau. Wir sehen hier den Abverkauf, zwei Take-Profits genommen. Heute im Laufe des Tages wäre es ganz cool, wenn wir nochmal so eine kleine Erholung sehen in Richtung 2.350 US-Dollar. Das heißt, in das Golden Pocket, in den Pivot hier oben rein, nochmal reindippen. Und von hier aus können wir dann im Endeffekt nochmal den Short verdoppeln. Das heißt, wieder auf Ursprungspositionen anwachsen lassen. Und dann die Fahrt nach unten hin in Richtung 2.270 US-Dollar weiterhin aufnehmen. Also da bleibe ich erstmal dabei. Da ändern wir auch nichts. Wir werden auch keine Long-Positionen das erste Mal eingehen. Ist mir das Risiko erst einmal ein bisschen zu groß, würde ich das erste Mal behaupten. Das Einzige, was eine Möglichkeit wäre, sollten wir hier vielleicht nochmal in dem Bereich der 2.337 nochmal so einen kleinen doppelten Boden formen und dann erst hier hoch versuchen. Dann können wir nochmal überlegen, ob wir hier eine kleine Long-Position aufmachen. Aber momentan sehe ich davon erst einmal ab und gehe eher davon aus, dass wir die Position, die Short-Position derzeit einfach nochmal verdoppeln. Gehen wir rüber zum DAX. Da habe ich ja auch schon meinen Senf dazugegeben. Am Samstag habe ich ja dazu gesagt, warte ich immer noch hier auf diesen doppelten Boden. Das heißt, hier nochmal runter Richtung Pivot 17.950 Punkte. Dann runtergehen. Dann hoch in Richtung 18.400 Punkte, wo unser Pivot wartet, beziehungsweise hier noch die Ineffizienz. Plus, wenn wir uns auch nochmal das Fib-Level dazuziehen von unserem Top zu unserem Tief, sehen wir auch, dass hier oben dann auch noch das Golden Pocket auf uns wartet. Also die Überschneidungen hier oben wäre einfach Wunsch-Szenario, dass wir hier nochmal einen doppelten Boden kriegen. Mit diesem doppelten Boden die Ineffizienz, beziehungsweise das Golden Pocket plus den Pivot hier oben holen. Von hier aus dann, sage ich mal, die Reise nach unten hin weiterhin fortsetzen. So, das heißt aber auch hier momentan erst einmal hier Grauzone. Hier ist einfach nichts, kein Long, kein Short. Darauf müssen wir jetzt warten. Entweder wir gehen gleich hoch zu den 18.400, dann Short. Oder wir gehen nochmal runter, dann auf jeden Fall die Long-Position. So, last but not least, beziehungsweise nicht last but not least, aber next one Euro gegenüber dem US-Dollar. Hier auch noch ein bisschen Luft nach unten, wo ich noch warte auf die Long-Position. Wir haben die Short-Position da sowieso schon offen. Ich würde hier aber gerne jetzt noch einen doppelten Boden bilden, weil die Struktur es eigentlich derzeit auch auf dem 4-Stunden-Timeframe sehr, sehr gut hergeben würde, dass wir hier einen doppelten Boden machen, dann ins Golden Pocket, beziehungsweise 1,08 Euro hochjumpen im Laufe der Woche und von hier aus dann Abverkauf nach unten hin sehen. Wir können uns mal den DXY angucken, wie der momentan aussieht. Da haben wir nämlich auch noch Luft hier oben bis rund 106, beziehungsweise sogar nochmal ein bisschen mehr, weil wir hier oben noch eine kleine Ineffizienz haben. Die würde sogar hier, da müssen wir mal in den Daily-Timeframe reingucken, ob das hier ein bisschen mehr Sinn macht, könnte sogar bis 1 Euro oder 106,03 hochgehen. Das wäre so eine Möglichkeit, was auch dafür sprechen würde, dass der Euro nochmal ein bisschen an Kraft verliert und wenn wir dann hier oben zurückgewiesen werden sollten, dann eben diesen Abverkauf in Richtung 104 und wenn wir uns dann nochmal den Euro gegenüber dem US-Dollar eben angucken, würde das sehr, sehr viel Sinn machen, dass wir hier eben nochmal dieses tiefere Tief reinkriegen, dann in Richtung Golden Pocket, beziehungsweise Pivot reingehen bei 1,08 Euro und dann den nächsten Crash nach unten hin in Richtung 1,057 Euro circa bekommen. Also, das ist jetzt ungefähr grob der Plan. Ich habe euch ja noch versprochen, ich stelle euch jetzt immer mal noch einen Low-Cap vor oder versuche immer mal einen Low-Cap vorzustellen für mögliche Spotkäufen. Da ist jetzt mal momentan Loop auf meiner Liste, der auch ordentlich unter die Räder gekommen ist, aber auch hier befinden wir uns, das ist in einer größeren Kaufzone, das heißt hier die knapp 2 US-Dollar Cent, wo wir uns derzeit befinden, kann man glaube ich momentan auch bei Bing X kaufen. Loop, wenn ich mich jetzt nicht täusche, befinden wir uns hier auch in der ersten Kaufzone und danach sind wir im Endeffekt jetzt auch schon da, wo wir damals gekauft haben. Das war damals unsere Kaufzone im Bärenmarkt, danach kam riesiger Sprung nach oben, wenn wir uns das Prozentual mal ganz kurz angucken, gab es einen Hit von 2.200%. Deswegen, das ist jetzt der erste kleine Kaufhit, wer ein bisschen risikobewagter ist, kann da komplett reingehen, ich würde aber hier eher 50% von einem Low-Cap-Kauf machen und danach würde ich erst hier unten die nächsten 50% so zwischen, ich sage jetzt mal 1 Cent und 0,14 Cent eingehen. Das nur als kleiner Tipp, beziehungsweise weil gefragt wurde, am Samstag haben wir Rio vorgestellt, da auch eine leichte Kaufzone, jetzt eben mal Loop. Ich werde jetzt immer mal so versuchen, ein paar Low-Caps rauszusuchen für euch, beziehungsweise mal einen Altcoin, wo es sich lohnen könnte, aber jetzt keine Massen-Altcoin-Käufe für euch. Ansonsten würde ich sagen, war es das für das heutige Update-Video. Gerne ein Like dalassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne bei meinem Partner Bing X registrieren. Ansonsten hören wir uns in der Telegram-Gruppe oder beziehungsweise dann morgen wieder zum nächsten Update-Video. Das war es von mir, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.